Ich bin sehr gerne in der Erlebnisagentur, weil ich immer draußen sein kann und die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, die ich im Hochselgarten oder beim Bogenschissen betreuen darf. Wir arbeiten auch mit Schulklassen zusammen und machen Führungen mit denen, wo wir Spiele einbauen, die die Klasse stärken und ein sehr besseres Team werden.